Oh ja, jetzt haben wir was Spannendes. Der Befreiungsprediger James Stanton hat Bücher geschrieben, wo alle Dämonen einen eigenen Namen haben. Ist dieser Befreiungsprediger in Ordnung? Nein! Es ist Humbug! Es ist absolut gefährlich und ich kann nur sagen, Hände weg von diesem Zeug und ich preise Gott, dass dieser Mann Einreiseverbot und Dienstverbot hat in Deutschland. Halleluja! Da hat der Staat mal was Vernünftiges entschieden. Wenn nicht, warum? Nun, das will ich erklären. Befreiung von dämonischen Mächten ist eingebettet in einen Jüngerschaftsprozess, wo Seelsorge einen starken Schwerpunkt hat. Befreiungsdienst an Menschen, die er nicht kennt, wo er dann seine Versammlung macht, du weißt das ja, oder viele von euch ja mit den Kotzeimern und alles total wild und die Leute sind fasziniert von dämonischen Manifestationen. Das ist schon in sich krank. Und er geht auf Leute zu und er treibt Geister aus mit viel Spektakel. Und wenn du das ein bisschen verfolgst, dann siehst du, dieselben Leute sind jedes Mal wieder neu dran. Und er sagt auch, du brauchst zwei Jahre Befreiungsdienst mehrmals die Woche, bis du so halbwegs durch bist. Da sage ich, sorry, das ist totaler Blödsinn. Und er lässt vollkommen die Rahmenbedingungen außer Acht, um Befreiung zu erleben. Braucht es nicht Geschrei und Theater und Rambazamba und mit Vollmacht jetzt irgendwie sich auf diese kleinen Dämonchen zu stürzen. Was es braucht, ist die Botschaft der Buße. Dämonen plagen einen Menschen, weil dieser Mensch ihm Anrechte gibt. Die unsichtbare Welt funktioniert nicht nach, wer ist stärker. Jesus ist Sieger, Jesus hat sogar den Teufel besiegt. Die unsichtbare Welt funktioniert nach dem Prinzip Recht. Und wenn zum Beispiel durch Bitterkeit, durch Rebellion, durch Stolz jemandem dem Teufel Raum gibt, dann kannst du deine Mannschaft zusammentrommeln, hast dein Befreiungsteam und kannst die ganze Nacht beten. Und es kann sein, wenn du richtig gut drauf bist, bis zum Morgengrauen, hast du diesen kleinen Dämonen müde gemacht. Und dann geht der. Und dann geht der Befreite nach Hause und in der Haustür wartet schon der Dämonen und hat noch ein paar Kumpels mitgebracht. Und am nächsten Sonntag kannst du wieder von vorne anfangen und du denkst, meine Güte, das geht schon seit Monaten, das müssen Jahrtausende sein. Es sind immer wieder dieselben. Das ist der Drehtüreffekt. Kennst du früher diesen großen Hotels, haben doch diese Drehtüren. Wenn du da mit Schwung reingehst und nicht aufpasst, bist du schon wieder auf der Straße. Einmal rum. Und das ist, was die Dämonen machen. Die gehen raus und die kommen wieder rein. Warum? Weil der Boden nicht bereitet ist, weil das Haus nicht gereinigt ist, weil der Grund, warum sie all die Jahre da sein durften, immer noch da ist. Keine Buße. Also hieran erkennst du gesunde und ungesunde Befreiungsdienste. Jeder Befreiungsdienst, der nicht den Hauptschwerpunkt auf Buße legt. Leben bereinigen. Abkehren von der Sünde. Ablossagen von Esoterik und Zauberei und all diesen Dingen. Wenn das nicht das Hauptschwergewicht ist, ist es kein gesunder Dienst. Und viele Leute sind in die Irre geführt und die denken, indem sie das alles so sehen, boah, die Dämonen sind ja so mächtig. Dämonen sind Hunde, dreckige Köter. Und die Bibel sagt, jeder von neuem geborene Christ hat Autorität, dem Teufel zu widerstehen. So die Frage ist doch, hey, du willst befreit werden, sagen wir mal von Geisterpornografie. Wie viele Male hast du schon im Geist geboten und es hat nicht funktioniert? Warum hast du keine Vollmacht? Du hast dieselbe Vollmacht vom Status her, wie jeder andere, die auch hat. Ich glaube überhaupt nicht, dass es Leute gibt, die zum Befreiungsdienst berufen sind. Ich glaube nicht an so etwas. Sondern ich glaube, dass ein ganzheitlicher Prozess von Seelsorge, innere Heilung, nicht alles ist dämonisch. Und vieles, was wir austreiben wollen, ist Fleisch. Und Fleisch muss gekreuzigt werden. Fleisch kann man nicht austreiben. Es gibt dann Leute, die wollen den Rauchgeist austreiben oder was weiß ich. Und dieser Irrsinn mit diesen Hunderten, ich habe mir das angeguckt in seinem Buch, Hunderte von Dämonennamen, aber nicht wie Eifersucht, Neid, Zorn, Hass, sondern die haben alle ganz spektakuläre, orientalisch klingende Namen. Und die sollst du dir jetzt alle merken oder wenigstens auf Papier haben und dann musst du eine Liste darunter bieten. Das ist doch Irrsinn. Das ist einfach nur totaler Schwachsinn und es funktioniert auch überhaupt nicht. Und ich habe es von mehreren Leuten gehört, die dann immer mitgereist sind und sich in der Stadt die Meetings angeguckt haben, in der nächsten Stadt wieder, die Befreiung suchen, reisen alle hinterher und in jedem Meeting werden sie wieder neu befreit. Und es sind immer dieselben, die da vorne sind. Also wenn du was Gesundes haben möchtest über Befreiung, dann empfehle ich dir direkt Prinz und dann empfehle ich dir, was wir vor ein paar Jahren entdeckt haben, was ich das beste Material finde für diesen Prozess der Heilung, Freisetzung und Wiederherstellung, Neil Anderson. Da gibt es ein Buch, was wir rausgebracht haben, erneuert. Das kannst du dir runterladen, kannst du es auch bei uns bestellen. Wir haben jetzt gerade wieder eine neue Auflage drucken müssen, weil das weggegangen ist wie nichts. Und was mir so gefällt und ich habe mich mit etlichen Seelsorgekonzepten beschäftigt, was mir gefällt, er hat eine gesunde Kombination aus Lehre, Seelsorge, Jüngerschaft und Befreiung. Das ist ein Paket. Und wer Seelsorge trennen will von Jüngerschaft, ist schon auf dem Irrweg. Und es gibt so viele Seelsorgespezialisten, die fragen nicht einmal, was sagt denn dein Chef über deine Arbeit oder wie geht es eigentlich mit deiner Frau zu Hause, sondern sie fokussieren sich auf das Problem und versuchen irgendwie mit vielen kreativen Ideen irgendwie ein Problem zu lösen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert und ich sehe auch nicht das Neue Testament so. Die ganze Bibel, das ganze Neue Testament ist ein Seelsorgehandbuch. Und wie ist die Betonung, kommen die Wahrheit und was immer dein dämonisches Problem war, du wirst befreit werden. Nicht kümmer dich um die Dämonen, kümmer dich darum, dass du in die Wahrheit kommst. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit macht frei. Nicht James Denton oder irgendein anderer Befreiungsprediger. Ich glaube nicht an Befreiungsprediger. Ich glaube an Menschen, die haben eine Hirtensalbung und die machen Jüngerschaft, die machen Seelsorge, die machen Beratung und Begleitung und die beten für innere Heilung. An das glaube ich. So, damit habe ich die Frage erklärt, warum ich das nicht empfehlen kann. Kennst du andere Befreiungsprediger empfehlen? Nein, brauche ich auch nicht, habe ich auch jetzt schon beantwortet. Wir brauchen keine Befreiungsprediger, wir brauchen Hirten. Ich kenne einen lieben Bruder, der ist schwer depressiv geworden. Und statt auf uns zu hören, also meine Frau und mich und ein paar andere Freunde, die gerne ihm ein paar Dinge gesagt hätten über seine Ehe und über eine andere Dinge. Da forscht er im Internet und fliegt bis nach Amerika, gibt viel Geld aus. Ich sage, wenn du schon nach Amerika gehst, wenigstens nimm deine Frau mit. Hat er nicht gemacht. Dann war er bei diesem berühmten Befreiungskünstler und natürlich kam er genauso depressiv wieder zurück, wie er hingefahren ist. Schade um die Zeit, um das schöne Geld. Hätte er einen Abend verbracht, sagt mal, wie seht ihr mich, was denkt ihr über meine Ehe, was denkt ihr, wo es klemmt in meinem Leben. Hätte der völlig kostenlos Hilfe bekommen und gewusst, welche Schritte er zu gehen hat. Aber Leute wollen lieber anonym zu Spezialisten gehen, weil sie die Idee haben, das ist wie ein Zahnarzt. Hier tut der Zahn weh, jetzt gehe ich hin, mache den Mund auf und der Zahnarzt plombiert den Zahn. Das hat mit mir, meinem Gehorsam, meiner Haltung gar nichts zu tun. Der ist der Fachmann, der macht das und dann ist gut. Das ist nicht Seelsorge, das ist dummes Zeug.